Jo Leute was geht ab? Das ist mit der neuen Webcam die ich habe aufgenommen. Das hier ist die Microsoft Pro Studio Cam die auch Simon hat. Ich liebe übrigens Mann vom BrokenSomsTV der gerade im Hintergrund hängen sich ab lacht. Ich bin übrigens auch noch ein spanischer Pferdeverkäufer. Könnt ihr vielleicht an... warum fokussiert das Drecks Ding nicht? Könnt ihr da vielleicht sehen. Im Hintergrund seht ihr gerade einfach irgendein schwules Gameplay und ja leider kommt heute kein... Boah Gott bin ich durch den Wind. Leider kommt heute kein Derkopf-Lach weil Lukas beim Transe-Kontest in Thailand ist und meine Technik nicht gestreikt hat. Nein Lukas hatte auch Probleme mit der Technik deshalb morgen kein Derkopf-Lach. Ich bin komplett übersteuert. Ich habe mir nämlich hier so eine Spinne gekauft und so und das ist alles noch nicht richtig eingestellt. Irgendwie ein bisschen behindert. Ich hoffe ihr könnt das verkraften ohne großartig zu weinen. Ihr Behinderten. Und ja wie gesagt, Manuel ist auf jeden Fall ein ziemlich süßer Boy und den würde ich schon gerne. Ihr wisst was ich meine und wenn jetzt hier irgendwo ein tierisch das Bild laufen würde, würde ich meh machen. Aber das ist leider nicht der Fall. Deshalb verabschiede ich mich jetzt einfach und hoffe, dass es jetzt halbwegs synchron ist mit der Kamera. Ich liebe Manuel von BrockenSams und diese Kamera ist ein Hurensohn. Auf Wiedersehen meine Freunde. Tschüss. Musik 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 Musik